Hey meine Lieben und Willkommen zu einer neuen Ausgabe von InstaTalk. Gebt dem Video schon mal einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Sind Sabrin Khan und Adjan Boyupi ein Paar? Beide sind immer im Doppelpack unterwegs und anscheinend sehr gut befreundet. Jedoch kann man die Anziehung zwischen den beiden nicht leugnen. In meiner aktuellen Story-Umfrage war die Mehrheit auch dafür, dass sie wahrscheinlich im Geheimen ein Paar sind. Was sagt ihr meine Lieben? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Das war es auch schon von mir. Falls euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal bei InstaTalk.